Ich habe die Nudelküche seit 20 Jahren in Leidenberg. Wir stellen Frischeinudeln her. Die Besonderheit an unseren Produkten ist wirklich die Handarbeit. Das heißt, es wird nicht industriell gearbeitet. Wir arbeiten auch viel im Labelbereich und für andere Firmen. Die Leute liefern uns die Rohstoffe und wir machen die Weiterverarbeitung.